Wow, echt immer wieder im Timing, also man könnte daraus Highlights bauen. Hier, 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 hier. Hola. The temperature and humidity in the barrel room is all controlled by the ventilation system. Es ist ein Stat-of-the-art, ein Highly-Senseitiger. Sweet. Howdy up for you. I'm a bit of a great spunk in this great night. Not my area, friend. Control terminal is open to security. Take a look. Just don't do it. One of the guards have been to smoke. I'm going 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 to smoke. Right now. Hey, no, 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 no. No, no, no. Get banana. Bap. Mach ne Pause, Vitaminschlaf. Jee. Jee. Por favor, ich kann auf den Treppen nicht tauen. Por favor. Du bist der Ball. Komm, du musst nach oben. Das war's für heute. okay ich habe die idee ich weiß zwar nicht wofür wir diesen wein brauchen aber wir werden es raus oh Ich bin richtig smart, und ich finde mich in diesen Situationen immer wieder. Ich weiß, wie ich meine Eltern erzählen, dass ich den Yankees bin? Oh mein Gott, das ist schwierig. Ich weiß nicht. Sie wissen, wir leben hier und... Oh, und er quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Hallo Barney und Shortbruder, ich grüße Sie auch. Hallo, mir geht's super, danke. Mir geht's super, ich hab mir die letzten zwei Tage mal... was Zeit genommen für mich. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich bin ein bisschen ein Grease Monk. Ich bin 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 ein Grease Monk. Und natürlich, Yates kam da und sagte, dass die Borsot in der Hand auf die Tanks eine neue Art. Du denkst, dass es ein, was, ein Felsage-Mekanismus ist, oder eine early Warnung ist, dass es in der Lage ist. Ja, du würdest, aber du bist falsch. Wenn die Pumpen nicht funktionieren, die Tanks überflogen, dann das so gut geht es. Also, pay attention zu dieser Pump-Flo. Unless sie in der Markt für ein extra-Horror-Fisch. Ja. Die Lichter niemals zweitens. Das wäre gut. Vielen Dank. 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 Ich will doch noch was ausprobieren, verdammte Scheiße. Entspannt euch kurz mal. Konyo, por favor. Und jetzt geht mir bitte nicht auf den Sack hier. Okay. An Apple a day keeps the doctor away. Was? Was ist das passiert, Tina? Was? Or was? Gett 보� deriv! Hufff! Gett'Sc0 Is that gonna bother me? Dan Wних ! Tt Dude Oh Gott, ich hab nix gemacht, ich hab nix gemacht, du siehst mich nicht, geh weg, du siehst mich nicht. Haha, du blöd Mann. Oh, du blöd Mann. ich bin hier noch was Wie man sieht was? Ich hab nichts gemacht! Es ist okay, Jungs! Wartet! Ihr habt euch richtig Spaß! Das ist nur ein Test! Ey, das war nur ein Test! Cut! Okay. Also, okay, das ist fancy. Du kannst den ganzen Keller... Du kannst den ganzen... Du kannst den ganzen Keller mit Wein unter Wasser setzen. Und dann Strom reinjagen? What the actual fuck? Geht das auch? Also, okay. Wir wissen also... Okay, okay. Wir wissen also, wie wir ihn erstmal runterkriegen. Aus seinem Haus. Hierher. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal ganz kurz um den Wein. Irgendwie. Weil ich möchte gerne wissen, was der Wein macht. Ich glaube auch, dass der Wein den anderen triggert, dass der runterkommt. Der Diebstahl. Ich mag die neuen Missionen. Ich kann nicht born und ich damit nichtyim. Okay. Ich bin sehr gut. Ich kann dich ausdenklichen Domain. Ich kann euch leben. ich weiß nicht wie wir die alle aus dem raum kriegen theoretisch alle da unten wegbekommen muss schlafwandler sein muss schlafwandler sein leute muss schlafwandler sein das wird noch hochgeladen absolut die Kontrolle Terminal ist in der Sicherheitsruhe wenn du dich mal sehen einfach nicht keine Ahnung einer von den Garten hat den Smok-P-LT-Sandwich neben der Inhalation Filter die ganze Facilität ist nicht aufbekommen und Mrs. Gates ist nie wieder er funktioniert nicht danke Äh, das ist ein bisschen tricky. Das ist etwas tricky hier. Obwohl, ey, warte mal, das ist gar nicht tricky. Ziemlich simpel im Moment. Ziemlich. Na, seht ihr auch, was ich sehe? Oh boy. Mann, ey, ich will runter. Dude. Ja, so, jetzt. Oh my God, der Keller hat so viele schöne Möglichkeiten. Ah, oh. Jeet. Okay. Okay. Ja, wir haben eine mögliche Situation. Bleibholt. Okay. Ah, das ist doch kompetiert. Das ist einfach. Ja, aber was ist... Mein Gott! Hey! Ja! Oh! Moment, let me, let me think about it. Ähm. Kriegen wir hin? Kein Problem. Ich habe eine Lösung parat. Also, sie können wir oben mit dem Wein machen. So weit sind wir ja schon mal. Den Kiel können wir machen. Wir können ihn nach unten bringen. Aber trotzdem möchte ich gerne wissen, was der Wein macht. Ich möchte den Wein klauen. Ich war ein bisschen zu übermotiviert. Entschuldigung. Verzeihung. Ich bin ein bisschen schreitig. Ich bin ein bisschen schreitig. Hm? Wir wenden einfach wieder unser Lieblingstrick an, Leute. Oh. Wir haben, Leute. Wir sind in einem System die Begrüßung. Das ist ein Software-Equip. Er ist sehr schön. Schön. Wie operiert. Ich bin ein bisschen von Grießpark, das ist sehr nahe. Das ist mein Bereich, Freunde. Der Terminal kontrolliert ist in der Security Room. Geh' dir doch. Also, ich darf nicht auf das Erdbein. Einige die Begrüßung kommt, der sich so viel zu machen, aus dem Anflation zu finden. Die Hoffnung ist das not Problem, bei dem Anflation zu finden. Das ist Yens. Ich bin ein Dr. Matthias. Oh, danke. Huh? Wer hat sich so etwas wie das überlegt? Ich bin ein Rund. BFFF! BFFF! Was? Matthew, Jesus. Missing around again. Oh, Gott. Und I'm getting there. Das ist ein Problem. Procubrational hazard. Hey, Birnwood? Ich bin ein Wicked Spot. Und ich finde mich in diese Situation immer wieder... Ich weiß nicht, wie ich sagen, dass ich das so sagen kann? Untertitelung. BR 2018 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 Ach du Scheiße. Fuck. Was ist denn ein Vintage hier? Was ist denn ein Vintage hier? Fuck. It's a Vintage here. What the fuck is a Vintage here? Ja, dass das ein klassischer Jahrgang ist, weiß ich auch Panther, aber... Haben wir irgendwo diese Information? ich will. Ich will. Fuck. Fuck. Vielen Dank. Vielen Dank. Are you fucking serious? Wie Körper wurde gefunden? Als ob du mich verarschen willst. No, 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 no. Screw this. What the fuck? What the fuck? I'm going to cry.